A Plague Tale Innocence Sieht man hier zum allerersten Mal in dieser Videospielreihe, dass ich nicht an eben gleicher Stelle anfange, wie ich im letzten Video aufgehört habe. Das liegt daran, dass das Spiel irgendwie doof gespeichert hat, zuletzt nicht an der Stelle, an der ich aufgehört hatte. Und ja, jetzt bin ich beim Start des jetzigen Aufnehmens, bin ich einfach nur so ein paar Schritte mal gerade ausgelaufen. Und schon war ich hier und jetzt hat es mir das gespeichert. Also es ist nicht so, dass ihr was verpasst hättet, nur so zur Information. Ich bin nur ein paar Schritte gelaufen und stand dann hier. Ja, ich kann auch gerne zurückgehen und euch das zeigen. Natürlich, wenn ihr das möchtet, bringt aber auch nicht viel. So, also guckt, da sind wir. Da waren wir gestanden. Hätte ich eigentlich auch jetzt hier theoretisch einen Schritt zurücklaufen können und das einfach ab hier wieder aufnehmen können. Dann hätte ich euch theoretisch anliegen können und sagen können, ich bin nicht weitergegangen. Aber ist egal, jetzt sehen wir das hier. Da stand ich am Ende des letzten Videos. Und hier geht es jetzt weiter. Ist jetzt wirklich nicht wichtig. Ich wollte es euch nur gezeigt haben. Also, dieser Vitalis, ne? Jetzt sehen wir nur einen Haufen Leutchen. Die haben auch Ratten in Käfigen da. Ich muss auf jeden Fall da hinein in jenes Gebäude, bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt muss ich mal gucken. Wie das für meine Spielweise üblich ist, habe ich natürlich wieder tagelang, beziehungsweise wochenlang nicht gespielt seit der letzten Aufnahmesession. Und, äh, ja, muss wie immer ein kleines bisschen wieder in die Steuerung reinkommen. Die ist aber nun tatsächlich so übersichtlich, dass ich da hier gar nicht allzu lange für brauche. So, bin nämlich schon fertig. So, jetzt ist die Frage. Darüber müssen wir. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir zum einen, äh, einen Weg finden, da durchzukommen. Ich schätze mal, wir müssen runter. Wir können wahrscheinlich von hier aus schon den ein oder anderen erledigen. Aber ich fürchte, dann bemerken die mich hier oben. Und dann habe ich nicht den Vorteil, dass ich mich da unten irgendwo hinter einer Mauer oder im Schatten verstecken kann. Deswegen probieren wir es jetzt erstmal so. So, sollten wir sterben und an diesem Kontrollpunkt hier wieder zurückkommen, dann kann ich es ja immer noch direkt von oben mal probieren. Noch wieder genug Steine hier gelagert. Habe ich die genommen? Jetzt. Ähm. Ja, wir probieren es jetzt eben einfach mal. Zunächst von hier unten. Frage ist auch. Ah, da oben. Da oben. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Da kann man jetzt vielleicht gucken, ob man die da mit einem Steinchen da weggeschossen kriegt. Und dann haben die Leute da unten ein Problemchen. Wenn ich Glück habe. Das sieht uns gut aus. Jetzt gehen wir erstmal wieder hoch und gucken uns die Lage mal von oben an. Kann das sein, das ist richtig? Controller empfindlich halt ein bisschen zu hoch eingestellt, was den linken Stick angeht. Ich glaube, das macht das Spiel gar nicht. Aber ist egal. So, jedenfalls haben wir jetzt... Da steht ja einer. Der steht immer noch da. Aber du bist ja lustig. Das interessiert dich gar nicht, was deinen Leuten da passiert, ne? Ja, gut. Jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Besonders zu jenen Zeiten. So, haben wir wieder ein bisschen was eingesammelt. Wir sind übrigens, äh, nur, dass ich es nochmal gehört habe, im Kapitel 9. Das Spiel hat meines Erachtens, wenn ich das richtig, äh, ähm, nachgeforscht habe, 16. Das heißt, die gute Hälfte des Spiels haben wir. Wir sehen es im 16. Video. Das heißt, es werden über 30 wahrscheinlich. Aber auch das, äh, ist ja eher nebensächlich. So, Steine haben wir voll. Okay. Dann haben wir da diesen netten Herrn hier. Daher könnte ich jetzt mit... Wie heißt das Zeug? Mit, äh, Dings. Mit Ignifer könnte ich jetzt die Flamme hier vergrößern. Ich weiß nicht. Könnte ich den Kollegen damit in Flammen setzen? Soll ich das mal ausprobieren? Das probieren wir mal aus. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Ne, das will er jetzt nicht mit dem Ignifer hier. Okay. War das irgendeine andere Sache hier? Und Doris war das komische, ja, grüne Zeug, was aus dem Boden kommt. Und das ist starke Lichtquelle, die hier hatten eliminiert. Ach so, okay. Könnte ich bei Gelegenheit mal wieder bauen. Jetzt gerade brauchen wir das aber, glaube ich, nicht. Ne, das... Also das geht jetzt sozusagen vorerst mal nicht. Hier gibt's auch keine entzündlichen Häufchen irgendwie. Da gibt's noch ein Töpfchen, welches wir auch nicht brauchen. Was? Was? Ja, ja, hoho, jetzt hab ich aber Glück gehabt, ey. Meine Fresse. Ich hab gedacht, so, das Mondlicht, das macht sie auch schon so ein bisschen kirre, aber offensichtlich nicht. Das da kann man anzünden, so wie ich das sehe. Verrückt, oder war das eine Peitsche? Nicht bewegen, ich mach's kurz und schmerz. Ist ja egal. Verdammt. Gut, dass ich das Zitzitzel immer fertig hab. Gleich wieder ein bisschen was bauen hier. Geht da eh bloß eins. Ei, ei, ei. Ich weiß ja bis jetzt noch nicht, ob ich da nicht vielleicht wichtige Ressourcen mit verschwende, indem ich mir das ständig baue. Der Plan war jetzt eigentlich ein anderer, nämlich mit Ignifer da die kleine Fackel dazu entzünden. Aber vielleicht hätte ich da tatsächlich ein bisschen mehr Schwung nehmen müssen. So ähnlich. Aber das hätte der, glaub ich, auch gemerkt. Egal. Der hat auch was bei sich. So. Der Kamerad da hinten, da weiß ich jetzt nicht. Bleibt der so? Der könnte ich ja theoretisch auch von hinten so abmurksen, ne? Ja, genau. Haben wir das auch mal wieder gemacht. Macht inzwischen schon eine 47 Konkurrenz, die Frau hier. Da hätte ich ihn wieder ein bisschen ablenken können, die Dinger über sie irgendwie immer. Äh, der Mensch da, der ist interessant. Den knöpfe ich mir sicherheitshalber auch noch, oder? Soll ich? Ich weiß gar nicht. Eigentlich könnte ich den ja in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, ob der mir noch zum Problem werden kann, im Nachhinein. Selbst wenn er mich noch sieht, ich hab mir Zitzitzel gebaut. Wie heißt denn das Gedöns eigentlich überhaupt? Wirklich? Somnum? Na ja. Nicht, dass ich das nicht wüsste, aber... Diese ganzen Narben hier. Merkt sich auch kein Mensch. Also. Ja, ja, der merkt... Ja, endlich! Der merkt mich nicht. Und wir sind endlich bei der Universität, ne? Haben wir eben schon gesehen, Anfang des Videos. Ähm. Wer macht denn was? Wo sind ihr in dem Wagen drin? Scheiße. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Archimisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens. Einer von denen sagte, dass es vital ist, nicht sonderlich... Verdammt. Weiß ich. Ich muss jetzt auch nicht zwingend die jeden abmurksen. hier, oder? Ich mach jetzt erstmal so ein kleines bisschen Suri-Suri. Wer? Achso. Da sind sie ja. Das ist ja kein Wunder. Der hat sich gut versteckt. Ja, genau. Vergiss es. Du Arsch. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn immer noch nicht. Ich seh... Da ist einer. Ach, der hat mich gesehen wahrscheinlich. Okay. Das heißt, äh... Momente mal. Devorant ist zwingend Gegner. Genau, das ist das, was ich brauche. Der hat doch einen Helm auf, oder? Ich weiss es nicht. Was ist es? Was? Ich hätte schwören können. Ja, hab ich euch. Hehe. Na toll. Äh, wisst ihr was? Ich hab eigentlich auch Zeit. Ich komm später wieder. Hehe. Hehe. Seh da. Ja, wo sind wir denn? Ach, Fortschritt ist schon geil, ne? Wenn du welchen machst. Warum streckt er alle Viere von sich? Gefällt mir... Hey! Lebst du noch? Wer auch immer das war, wird es noch bitter bereuen. Genug. Ha! Hab ich doch noch erwähnt. Ach komm, machen wir es halt so. Ist mir doch egal. Oh, der hat ja ein Schild. Was zum Teufel machen die da? Ich will das nicht drüber halten. Es ist nichts passiert. Also es hat sich überhaupt nichts an der Situation geändert. Aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es vital ist, nicht sonderlich gut. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn gehen. Ich geh jetzt mal aber dahin. Weil ich sehe, da liegen Sachen rum. Interessanterweise bin ich mir aber nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Weil da stehen ja Leute. Mhm. Ich meine, ich hätte ja was da, was Ratten aus der Umgebung anlockt. Aber die sind halt nicht so nah dran, die Viecher. Ich würde das auch gerne einsammeln, was da liegt. Deswegen. Machen wir trotzdem mal. Na, wen haben wir denn da? Ihr da! So. Haben die was gemerkt? Nö. Gut. Also, unabhängig davon, ob das jetzt irgendwas Wichtiges ist, was da liegt. Aber guck mal, von dem haben wir ja schon mal was. Ähm. Geh ich das jetzt einsammeln. Man kann ja von allem nie genug haben hier, ne? Haben wir festgestellt. Ein Schachbrett. Das könnte Lukas gefallen. Siehst du mal? Das ist doch was Feines. Schachbrett. Da. Ein Schachspiel aus Massivholz. Äh. Und so weiter und so weiter. Guck mal, ich lasse euch hier ein bisschen die, äh, Beschreibung. Das Gegenstand ist offen, damit ihr das in Ruhe lesen könnt, wenn ihr das Video auf Pause schaltet. Hier ist nochmal der untere Teil. Bitteschön. Also im Groben weiß ich, wie ein Schachbrett funktioniert, deswegen gucke ich mir das jetzt nicht so genau an. Ja, und ich würde natürlich auch gerne diesen Alchemisten wagen, falls das geht. Ich weiß es aber nicht, ob das geht. Aber da sind ja wirklich eine ganze Reihe nützlicher Gegenstände drin. Deswegen wäre es eigentlich fast schade, da jetzt nicht reinzugehen. Du hast nichts gesehen. Na dann. Ja, da würde es jetzt reingehen, aber offensichtlich ist da verschlossen. Also andere Seite. Weiß ich nicht, ob da noch ein Eingang ist, aber ich vermute mal nicht. Gut, äh, in diesem Sinne. Probieren wir es jetzt mal da hinten rum. Das mit den Zweien da, das ist mir ein bisschen zu heikel. Da bin ich jetzt schon zweimal an den verreckt. Mit den Schildern, da kannst du ja leider draufschmeißen, was du willst. Wenn du sie nicht beim ersten Mal erwischst, dann ist es doof. Und mit dem komischen Somnum. Oh, ich hatte auch gar keinen Somnum, vielleicht liegt es daran. Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, jetzt wollte ich was sagen, mit dem Somnum kann man auch nichts gegen die ausrichten, wenn sie ein Schild haben, aber das kann ich jetzt natürlich leider nicht bestätigen. Aber wir haben das unheimliche Glück, dass es hier aufgeht. Es einen schwarzen, langen Ladebildschirm gibt, den ich in der Nachbearbeitung auch wegschneiden werde. Ja, der Weg der Rosen, Kapitel 10. Äh, ja, damit geht's weiter. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Mhm. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Jetzt geh ich erstmal in den Kellermädchen. Da liegen die vielleicht schon. Was war denn hier? Bild. Hübsch. Ein Wandteppich, oder? Wandteppich. Gehen wir lieber in die Gedukte. Ich weiß ja nicht, was hier drin so abgeht. Hier werden ja Alchemisten drin sein, schätze ich. Gibt's vielleicht wieder einen Bossfight? Hätte ich mal wieder Bock drauf. Es gab nur einen, einen Bossfight bis jetzt. Wenn das nicht vielleicht sogar der einzige war. So. Vielleicht auch wieder was rum. Verschlossen. So. Okay. Vielleicht findet sich da irgendwann Schlüssel. Oh, da geht's auch auf. Auch zu? Okay. Das sieht gut aus. Nur nicht zu voreilig hier reinlaufen. Nachher steht da irgendwo jemand. Es ist riesig. Hier. Aber wo sind nur all die Bücher? Ja. Ein paar von Nazis verbrannt. Äh. Ach nee. Das war ja später. Quatsch. Da. Die Banner. Blumen. Ja. Da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Bist du sicher? Ich kann es trotzdem mal in die andere Richtung. Weil? Ich suche ja Rohstoffe. Können sowieso mal gucken. Aber da könnten wir vielleicht auch mal wieder was machen. Was macht denn das eigentlich? Starke Lichtkirle, die Ratten eliminiert. Ja. Ist vielleicht im Gebäude gar nicht so schlecht. Was macht denn Odorys? Ach das ist ja das Dingsbumszeug da. Das grüne. Ja. Ja. Ja ansonsten ist jetzt mal alles voll. Okay. Also ich fröne meinem allseits bekannten Suchzwang. Also bevor ich den richtigen Weg gehe, gehe ich lieber erst einmal in den falschen. Und suche mich dumm und dämlich. Äh. Ja. Was natürlich auch dazu führen kann, dass ich sterbe. Unter Umständen. Und doch nichts finde. Aber hey. Das ist ein Spiel. Wie das Leben selbst. Man gewinnt einfach nicht immer. Ne? Also man gewinnt eigentlich in den seltensten Fällen. Wenn wir es mal auf die pessimistische Art sehen wollen. Aber ihr könnt natürlich auch positiv denken, wenn ihr das möchtet. Einen Spaß. Äh. Wir gehen in Richtung Rosen. Ich glaube ich kann mich durchaus wieder in die Aufrichte begeben. Sonst dauert das hier ein bisschen zu lange. Ich höre Dinge. Ich habe aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist es vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. So. Alles klar. Dich kann ich mit einem Steinchen wegmachen. Was? Warte los. Noch mehr Leute hier? Die Richtung wäre die da. Wir gehen aber trotzdem direkt. Ich denke nicht. Oder Moment, da sind ja Sachen. Das ist doch was, oder? Ihr will natürlich nichts liegen lassen. Keine Ratten. Merkwürdig. Die wissen, wie sie damit umgehen sollen, mit den Viechern, ne? So. Episangos ist natürlich auch extrem wichtig. Den brauchen wir ja für unser Odoris. Aber das ist jetzt auch nicht so rar gesät, dass man sich da Gedanken machen müsste, glaube ich. Also habe ich nicht das Gefühl, zumindest. So. Ja, genau. Ah, okay. Den Wagen müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwie wohin schieben, weil ich gehe davon aus, dass die Tür hier vorne jetzt für uns nicht mehr aufgeht, durch die der junge Mann eben gegangen ist. Können es natürlich mal probieren. Von der anderen Seite verschlossen. Siehste, siehste. Da sind wieder Sachen. Fleißig einsammeln. Wir haben nämlich, wenn ich das... Da oben komme ich durch. Wo? Da? Auch da. Ja, das wissen wir schon, wo der Wagen hin muss, ne? Ja, der muss hier davor. Oder? Bestimmt. Machen wir gleich. Wir haben jetzt noch so etwa, ich würde jetzt sagen, 10 Minütchen für dieses Video. Wenn es zwölf wären, ist auch nicht schlimm. Ich will euch natürlich auch ein bisschen mehr zeigen, als jetzt hier, äh... 100% dieser Bibliothek. Ah, ich will natürlich auch ein bisschen nützliche Gegenstände suchen, aber es macht mir jetzt hier nicht den Eindruck... Damit könnte ich da hochkommen. Ja, ja, das habe ich schon vor dir gesehen, Mädchen. Du bist ja schon so eine... Haha. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier soweit durch, glaube ich. Ich sehe jetzt nichts mehr. Die letzte Ecke hier. Ne. Also hätte ich mir jetzt im Umkehrschluss sparen können, hier nochmal zu suchen. Aber wie gesagt, das gehört ja auch dazu. Also, der Wagen. Wo ist denn der Wagen? Da ist er. So. Ich bezweifle aber, dass das richtig so ist. Ich bezweifle, dass das richtig so ist. Ich glaube, da vorne ist es eher. Ja, ja. Ah. Mädel. Was ist hier für Geräusche? Sag mal. Das Spiel ist ab 16. Obwohl, PG-18. Ja, kommt es wieder hin. Okay. Gut. Ist doch PG-18, oder? Ich könnte mich irren, aber... Normalerweise tue ich das nie. Doch, eigentlich irre ich mich ziemlich oft. Täglich. Täglich. Das fängt meistens damit an, gehst du zur Arbeit oder gehst du nicht? Ja, schon geirrt. So. Na, Spaß beiseite. Jetzt machen wir hier weiter. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Nichtsdestotrotz doch nochmal so einen prüfenden Blick drüber werfen. Ob das hier alles wirklich entdeckt und durchsucht wurde. Haben wir alles. So. Und reichen jetzt. Habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Hä, das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter. Und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Mit rotem Einfluss. Das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Ist das nicht das, was da liegt vielleicht sogar? Und mich schon anfunkelt? Ich weiß es nicht. Okay. Aber wir sind jetzt erstmal nach unten. Schätze ich. Beziehungsweise vielleicht... Vielleicht könnte ich von hier oben aus schon mal einen ausschalten. Aber ich glaube, damit mache ich es mir nicht leichter. Ich probiere es mal. Spaß halber. Haben wir Zeit. Das funktioniert jetzt nicht so einfach. Naja, nee. Das ist also... Das ist jetzt... Warte. Moment. Da ging doch was. Ich suche da drüben. Kommt jemand hier hoch? Das kann ja eigentlich nur... Ja, genau. So. Ich wollte eigentlich auf seinen Kopf schießen. Man hat es jetzt zum Schluss gesehen. Ich hatte es dann im Visier, aber dann war es... Oh. Doch. So ist es gerade. Alles klar. Der Tod ist alle gegenwärtig. Wo? Wo sind wir jetzt? Da. Okay. Alles klar. Also. Den nochmal weg, den Kameraden. Die sind jetzt natürlich doof. Dass wir die ganze Schieberei hier nochmal wiederholen dürfen. Aber das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf hier. Dings aufheben. Dann vielleicht auch noch ein bisschen Bums aufheben. Wenn wir Bums finden. Guck mal da. Also wir wissen... ...Buchbücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Wir wissen rotes Buch oder Buch in rotem Umschlag. Da unten funkelt uns ja schon eins an. Das ist auch so gedacht, dass ich da reingehe in den Raum und mich hinter dem Tisch verstecke. Das ist glaube ich auch so gedacht. Jetzt schauen wir mal. Im schlimmsten Fall sterben wir halt wieder. Das Sanguin ist Itinera. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Schade. Nicht das Buch. Die Richtung. Okay. Wir schleichen uns jetzt einfach um die Leute rum. Was war das? Nichts. Hm. Ich hätte schwören können. Da liegt ein rotes Buch. Hallo. Ich bewege mich jetzt mal nicht. Aus offensichtlichen Gründen. Das ist schon gut, dass die KI nicht so groß ist. Da ist eine offene Tür. Ich schätze mal, es ist eine super Idee, da durchzugehen. Die Frage ist jetzt, wenn ich den da drüben jetzt mit dem Zeugs da beschieße, gehen die dann wieder da hoch suchen und sind dann quasi hier weg, sodass ich in Ruhe suchen kann oder erwischen die mich dann wieder? Aber die werden wahrscheinlich schon rein von der KI her so ein bisschen die Richtung nehmen, aus der es gekommen ist. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass sie dann wieder da hochgehen. Wenigstens kommen die verfluchten Rechte. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ist das hier der Einzige? Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir. Die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was die dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Sind die nur zu zweit oder sind da noch mehr? Ich seh es leider nicht. Ihr seid halt auch schön besteuert, wenn ihr in so einer Riesenbibliothek 70 Mal das gleiche Regal durchkämmt. Aber ist ja auch gut so irgendwo. Ich will ja gar nicht, dass die hier jetzt den gesamten Raum durchkämmen. Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich habe es gecheckt. Äh, wir sind allerdings auch schon der Videolänge. Also von der Videolänge her schon dem Ende nahe. Ich würde jetzt hier noch ganz, ganz kurz die eine Sache erledigen. Ich dachte jetzt, die rennen da hin und machen die Kerle dort. Habe ich gedacht. Habe ich jetzt echt gedacht. Aber dann kommen die wenigstens nicht zu mir, die Leute. Ne? Also in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja gegebenenfalls doch noch was rausschneide. Machen wir mal zwei, drei Minütchen. Ähm, allerdings bin ich jetzt gerade so ein kleines bisschen... bin ich nicht so wirklich sicher, was ich jetzt hier machen soll. Ich meine, an mich rankommen sie jetzt theoretisch schon mal nicht. Weil die Ratten versperren ja jetzt da den Weg. Das heißt, ich könnte mir theoretisch den ein oder anderen jetzt vorknöpfen. Ah, was habe ich davon? Wo, wo gehe ich dann lang? Äh, ich schätze darüber. Dann muss ich die wegmachen. So. So. Ja, wie sollst du denn da hinkommen? Oh, hier ist'n du jetzt hin. Oh, guck mal. Gut, gut. Also doch. Gut, gut, Freunde. War noch folgendes hier? Ne? Ne, ne? Ich dränge euch... Ne? Hallo? Okay. Reicht mir das? Ein paar sind ja jetzt doch noch hier. Ich glaube, da kriege ich ein Problem. Das lösen wir im nächsten Video, würde ich sagen. Sonst wird es doch zu lang. Also, dann mal an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Oder einen Kommentar. Oder aber sogar ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. Sonst wäre es ein Däumchen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.